Hier in Mainfranken-Festsaal, die Karin Schubert, heute nicht in der Funktion als Moderatorin, hallo, grüß dich, sondern du offenbarst uns heute geheime Talente. Naja, wenn bei uns das Rotlicht ausgeht, dann stehe ich ja schon öfters mal auf einer Musicalbühne und da ich mit Pavel Sandorf des Öfteren auch unterwegs bin, haben sie uns gesagt, Mensch, ihr singt doch sonst auch mit, dann macht doch mal die Opening-Nummer und singt unser Frankenlied doch mal mit. Also am Anfang, so ganz kurz, zwei Minuten sind wir mit dabei. Da sind wir total gespannt drauf, aber du hast es ja angesprochen, du stehst ja nicht zum ersten Mal auf einer Bühne, allerdings zum ersten Mal hier auf der Bühne in Veitshöchheim. Ist es wahrscheinlich vom Gefühl her schon noch einmal was anderes hier, oder? Das ist schon eine hohe Messlatte mittlerweile geworden und ich muss sagen, lass mich reden, lass mich überbrücken, zwei Stunden kein Problem, lass mich tanzen, aber nachdem der Gesang immer noch das ist, wo ich nicht wirklich von zu Hause aus zu Hause bin, habe ich echt immer noch ein bisschen Lampenfieber. Das wollen wir sehen, das wollen wir hören. Hier ein Zuspiel aus der Generalprobe. Ja, ganz rechts im Bild haben wir dich tanzen und singen. Wie liefst du denn so insgesamt die Generalprobe? Das ist lustig, die Bilder jetzt mal so zu sehen, man sieht sich ja eigentlich nie von vorne, aber wie eine Generalprobe halt so laufen muss. Also alles hat noch nicht gestimmt, das ist aber auch gut so, weil dann hoffe ich heute bei der Premiere, bei der Live-Sendung, dass wirklich alles hinhaut. Kannst du noch so aus dem Nähekästchen plaudern, wie lief es bei den Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne? Ja, es gab mal kurzzeitige Verwirrungen, weil das natürlich immer so ist, man probt was, plötzlich sind Gäste im Saal und gestern waren ja auch schon welche da und dann dauert das alles ein bisschen länger. Und dann wollten wir schon Schluss machen und unsere Musik spielt einfach weiter. Und dann kam ein bisschen, okay, dann singen wir auch weiter. Also das wollen wir heute anders machen. Ja, also da drücken wir auf alle Fälle die Daumen. Normalerweise müsste ich dir, glaube ich, über die Schulter spucken, das würde ich jetzt in dem Fall unterlassen. Du hast noch ein paar Minuten Luft bis 19 Uhr, was magst du so lange? Beine hochlegen, noch ein Schnäpsle trinken oder was? Ja, wahrscheinlich. Also Valium werfe ich keine ein, aber wir werden einfach noch ein bisschen ruhig in der Bühne, dem ganzen Treiben zuschauen und vor allen Dingen ist es ja so, dass hier so viele nette Menschen überall rumlaufen, die man kennt, die man seit Jahren irgendwie kennt und es gibt auch viele gute Gespräche. Einfach den Fasching genießen, wie man ihn genießen soll. Dankeschön, Karin Schubert. Keine ruhige Sekunde hat momentan nämlich an der Charlie im Foyer, wo die Prominenz einläuft.